Hugo Gerard Strüll war ein österreichischer Heretiker. Leben Hugo Gerard Strüll wurde im Jahre 1851 in der oberösterreichischen Stadt Wels geboren. Der Junge zeigte viel zeichnerisches Talent und war Schüler an der Kunstgewerbeschule des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, der späteren Hochschule für Angewandte Kunst in Wien. Nach Abschluss dieser Schule arbeitete er zunächst bis 1876 für die satirische Wochenzeitung Die Bombe. Er wurde Lehrer und eröffnete ein Atelier für Kleinkunst und Grafik. Im Jahre 1890 veröffentlichte er eine österreichisch-ungarische Wappenrolle mit hunderten von Staats- und Gemeindewappen. Neun Jahre später, 1899, veröffentlichte er einen heretischen Atlas, ein Musterbuch des Wappenwesens. Bekannt wurde Strüll auch durch sein Interesse an Japan und seine Veröffentlichungen über die Mon, die altjapanische Heraldik. Bibliografie Österreichisch-ungarische Wappenrolle Nach seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät großem Titel Verlag von Anton Schroll und M. Co. Wien 1890 Frischbrockte Schwurzkaellen Schwarzweiße Bilder zu lustigen Schnadderhüpfeln aus den österreichischen Alpenländern Verlag Perles Wien 1891 Die Wappen der Druckgewerbe Anton Schroll und M. Co. Wien 1891 Wappen und Siegel der Orte Vorarlbergs In Adler Jahrbuch der heretischen Gesellschaft Adler NF3 Wien 1893 S. 97 bis 114 Wappen und Flagge von Korea In Adler Jahrbuch der heretischen Gesellschaft Adler 10 24 Wien 1893 Österreichisch-ungarische Wappenrolle Die Wappen ihrer KUK Majestäten Die Wappen der durchlauchtigsten Herren Erzherzoge Die Staatswappen von Österreich und Ungarn Die Wappen der Kronländer und der Ungarischen Komität Die Flaggen, Fahnen und Kokaden beider Reichshälften sowie das Wappen des souveränen Fürstentums Lichtenstein Anton Schroll Wien 1890 1895 Sternchen, Sternchen, Sternchen Ungültig Die Wappen der Äbte der Prämonstratenser Stifte Geras und Pernek Selbstverlag Wien 1895 Deutsche Wappenrolle Enthalten alle Wappenstandarten, Flaggen, Landesfarben und Kokaden des Deutschen Reiches, seiner Bundesstaaten und regierenden Dynastien Julius Hoffmann, Stuttgart 1897 Erste Aufl Harenberg Kommunikation Dortmund 1979 ISBN 9783921846810 Reprint verkleinert 1999 Sternchen, 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 Parameter Konflikt Verschachtelte Zitationsvorlagen Die Entwicklung der österreichisch-ungarischen Kriegs- und Handelsflagge In Adler Jahrbuch der heraldischen Gesellschaft Adler IV ist gleich 194 Wien 1897 S 129 bis 136 Die Landesfarben und Kokaden in Österreich und Deutschland In Adler Jahrbuch der heraldischen Gesellschaft Adler IV ist gleich 197 Wien 1897 S 165 bis 172 Heraldischer Atlas Eine Sammlung von heraldischen Musterblättern für Künstler, Gewerbetreibende, sowie für Freunde der Wappenkunde Stuttgart 1899 Dicherte Leisei Sternchen, 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 Parameter Konflikt Verschachtelte Zitationsvorlagen Sternchen, 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 Ungültig 1899 Beiträge zur Geschichte der Batches Gesammelt aus den Werken englischer Heretiker In Adler Jahrbuch der heraldischen Gesellschaft Adler Nf 12 Wien 1902 S 75 bis 113 Städte Wappen von Österreich-Ungarn Zweite Aufl Wien 1904 Nihon Moncho Japanisches Wappenbuch Ein Handbuch für Kunstgewerbetreibende und Sammler Anton Schroll Wien 1906 Wappenrolle der Päpste Album Pontifikale Mönchengladbach 1909 Landesfarben und Kokaden Ein Vademekum für Maler, Grafiker, Fahnenfabrikanten und Dekorateure Ernst Morgenstern Berlin 1910 Die neuen österreichischen, ungarischen und gemeinsamen Wappen HSG aufgrund der mit D allerhöchsten Handschreiben vom 10. U 11. Oktober 1915 bis 2. 2. U 5. März 1916 erfolgten Einführung Wien 1917 Arbeiten In der St. Kalbe-Romeus-Kirche im geriatrischen Zentrum am Wiener Wald wurden nach Skizzen von Hugo Gerastrüll 130 Wappen der Wiener Zünfte angebracht Untertitelung im Auftrag des Wiener Zünfte